Meine Soundinstallation heißt Ortsounding. Ich bin mit einem sehr guten Aufnahmegerät tagelang im Ort unterwegs gewesen. Ich bin zuerst einmal zur Donau runtergefahren, in den Auen, auch auf den Feldern im Norden, im Ort selbst und habe sehr, sehr viele Aufnahmen gemacht. Und diese Aufnahmen spielen eine ganz wichtige Rolle in der Installation. Was sehr spannend ist, ist diese große Diskrepanz. Einerseits im Norden habe ich diese unglaublich endlose Ebene, Felder, man steht dann und es blickt in die Ferne. Und es ist an einem heißen Tag, hört man fast nichts, außer Flugzeuge sehr weit weg. Ein paar Grillen vielleicht und dann geht man zur Donau oder in die Donau Auen und dann hat man ganz kleine Klangräume und man merkt, dass das die Räume der Tiere sind. Die Vögel sind in einer unglaublichen Lautstärke und man fühlt sich als bedreht man sozusagen in einem völlig anderen Raum. Auch die Donau als Klangwähler natürlich im ersten Moment sehr interessant, aber es ist auch eine Verkehrsstraße und da sind viele Riesenfrachtgräume unterwegs. Das zweite ist, dass ich Bezug auf die Entstehungszeit des Schlosses, das heißt ich verwende hier Instrumente aus der Renaissancezeit, Teorbe und Gambe. Und andererseits gibt es einen Bezug zum Ort der Komponisten, der heuer ein 100-jähriges Jubiläum hat, Karl Schieske. Und von Karl Schieske habe ich eine 12-Ton-Reihe für diese Organisation der musikalischen Klänge. Und das zusätzliche Klangmaterial für diese Ebene habe ich den Sohn von Karl Schieske, Lukas Schieske, Perkussionist vom Klangforum. Dann habe ich auch Aufnahmen im Studio gemacht und gestimmte Perkussionsinstrumente aufgenommen. Also Biberphone, Marimba, Celeste, Pauke, Gong. Wir haben alles Mögliche probiert, auch gestrichen, Grotalis. Und Akkuglocken, Plattenglocken, um die Klänge zu bekommen, um die Töne zu bekommen für die 12-Ton-Reihe meines Vaters aus der 5. Symphonie, worauf er sich bezieht. Karl Schieske wird geehrt durch die alljährlichen Hauskonzerte meiner Mutter. Und da werden nicht nur Werke meines Vaters gespielt, sondern auch die Werke der Schüler meines Vaters und der Enkelschüler. Durch das Museum jetzt, durch die Korridorin Hilde Fuchs. Sie hat hier durch die Neugestaltung des Museums einen Schieske-Raum konzipiert. Und ja, ein Raum, der ganz dem Schaffen meines Vaters, Karl Schieske, gewidmet ist. Also er war bekannt dafür, dass er sehr offen war. Und er kam einerseits aus der Tradition, war aber ganz offen für neue Musikrichtungen. Und er hat gewirkt in dieser Zeit, in den 30er, 40er Jahre, wo es einfach in Wien, in Österreich, was zeitgenössische Musik betrifft, ein schwarzes Loch war. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank.